Oh! 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 Hallo! Herzlich willkommen zu nem Wir machen jetzt mal 75 Abonnenten Spezial, wir haben ja mittlerweile 75 Abonnenten Und äh Das hab ich gedacht, das spielen wir auch mal mit Mit hier mit Webcam, hier oben Ist die Webcam, also hier Hier, hier Ja, ich glaub, die haben es verstanden Aber meinst du? Und ähm Wir spielen jetzt einfach mal hier Happy Wheels So wie wir das auch eigentlich geplant hatten Was denn das hier? Ja, das ging schnell Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was denn was denn? Oh, boah Oh, boah Anderen Vehikel Anderes Vehikel Oh Ah Fängt an zu machen Hat schon ein Bein verloren Und jetzt hängt die hier Oh 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 Der hängt ja noch Der hängt ja noch Seine Fahrt Nie Nie Wie kriegst du das aber nicht? Ne Warte, machen wir nochmal Einen anderen Charakter Machen wir nochmal ein Flugzeug Oh Er ist die hier mit dem Fahrrad Ja, schön Ah 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 Wie Wie rade die denn da? Ah Ha Du hast zwar Ähm Querschnitts Lärmung Ne Lärmung ist sie ja nicht Oh Warte mal Äh Jetzt probier ich mal Äh Wie war das? Äh Wie war das? Du musst Ganz da nicht anderen Ich glaub die hat aber jetzt auch alles verloren Hubschrauber Hubschrauber Oh Oh Das war knapp Ich bin so glaub ich zu weit Ja ich blick hier schon zurück Aber zu weit Zu weit Zu weit Ja In Zeitlupe Ja Da Oh Wurde aber nicht Oh 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 Da ist der Ziel Da ist der Ziel Da ist der Ziel Na Toll Ende der Fang Oder geht's da doch weiter Ich glaub der muss hier durch Nein Ich glaub es ist hier noch Ich glaub es ist hier noch Wuhh Mal ein Change Charakter Aber womit denn sonst? Mit dem hier Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin so spät Haha Der macht sofort Matsch aus dem Hoh ho ho Hoh ho ho Hoh ho ho Wuii Ho 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 Ha Autsch, aah. Ey, du erfährst noch. Der hat aber dicke Schenkel, ey. Weiter geht's nicht. Weiter geht's nicht. Ja, jetzt ist er am Latsch. Anderen Charakter? Hier. Ich glaub nicht. Jetzt geht's aber alles drüber. Nein! Ich glaub das ist irgendwie so ein Autsch. Oh mein Weg! Ah! Die sind echt suizidgefährt, die Leute hier. Wo sind denn Timmy und sein Vater? Da. Timmy, wir schaffen das! Timmy hat schon keinen Arm mehr. Ja, aber ich spiele mehr als so ein Arm. Timmy lebt noch. Den können wir noch abwerfen. Timmy ist aber... Ah, lecker. Suizidig. So nett. Kann dir nix anderes. Kann dir nix anderes. der kann mit den Sachen von seinem Vater spielen. Schön. Ah, doch, Worte. Ne, ich glaub so, wartet nix. Oh. Oh. Timmy hat sich den Arm gebrochen. Ne. Was macht der denn mit seinem Arm? Oh, fuck man. Oh, jetzt ist er beide Arme gebrochen. Ladadaadaadaa. Wedel, Wedel, Wedel. Okay, ich würd' sagen, das reicht für heute. Äh, ich bewerte das Ding noch hier mit fünf Sternen, warum weiß ich auch nicht? Weil ich da grad Lust zu hab. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Oh, Falschtaste.